Her und Willkommen seit langem, okay, jetzt ist es seit Wochen her, zu einem neuen, geht ja auch mal wartet. Ich wollte eigentlich mit einem Abonnenten von mir aufnehmen, aber irgendwie hat es dann von der Verbindung nicht geklappt. Wir nehmen jetzt mit Branscha, G-S-D-R-U-S, Parcours-König, auf. Wir spielen jetzt erstmal ein normales Rennen von GTA erstellt oder von Rockstar erstellt und danach richtig geile Rennen, die ihr vielleicht schon mal bei mir gesehen haben könnt. Eins ist vor zwei Parts oder so gewesen, aber ich würde sagen, los geht's. Wow, die Steuerung. Ich habe jetzt auch vor, No Man's Sky zu let's playen, was da leider verschoben wurde, aber lieber besser als unfertig oder langweilig. Also lieber ist es verschoben, dann halt GTA vielleicht auch für die PS4 zu kaufen, wenn das neue Race-Update da ist, weil ich möchte jemanden, die neuen Races sind ja geil. Ne, wenn man da das eine Bild gesehen hat, das war Hammer. Und dann kam jetzt auch ein neuer Watch Dogs Trailer raus, der auch Hammer ist. Da gibt es endlich Hunde. Also hat bis jetzt noch keiner gesagt, aber in Watch Dogs 2 gibt es Hunde. In Watch Dogs 1 gab es keine Hunde. Nein, auch Seehunde und die Karte ist viel größer. Ey, ohne Scheiß, ich dachte zuerst, ey, locker, locker, das sind keine In-Game. Das ist aufgenommen und soll so eine Art Real-Life-Trailer sein, wie es dann mal werden soll oder so. Aber nein, soweit ich das sehen kann oder soweit man es jetzt doch sieht, ist es sogar Cartoon-Life-Näher, yay, In-Game. Und ey, das sieht Hammer aus und ich glaube, das spielt sich auch Hammer, weil mir ist es wichtig, eine neue Karte machen. Weil GTA hat so eine, ja, ausgelutschte Karte. Es sind immer neue Updates, neue Autos, aber die Karte ist für mich, da war schon überall. Und es sind auch keine derart Neuerungen, die irgendwie, okay, ja, jetzt kam es neu. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob es für mich so sinnvoll ist, um sich dann extra, deswegen Playstation Plus holen oder generell Playstation Plus unterstützbare Spiele zu holen. Ich hoffe jetzt mal nur, mein Sky ist nicht Playstation oder Playstation unterstützt, weil wenn man sich sowieso nicht finden kann oder schwer finden kann, wäre es schon scheiße, wenn sie sagen, ja, Playstation Plus muss hier gemacht werden, Leute. Und der chillt da seine Base, oh, neue Westzeit, yay. Es ist zwar alle getuhte Autos an, aber meins ist nicht getuht, also meins ist voll ungetuht. Ich habe das mir mal einfach geklaut, ich bin so ein Gangster. Jetzt sollte man einen OK einfügen, mal gucken, ob ich daran denke. Wow, ich dachte gleich, oh, die kann man bestimmt nicht umfahren. Scheiße. Aber wahrscheinlich haben die alle getuht, ich glaube ich nicht. Wir spielen hoffentlich auch gleich coolere Rennen. Wie gesagt, tut mir jetzt natürlich leid für den Abonnenten, der mir zocken wollte und wegen dem ich extra die PS3 angeschmissen habe. Aber, tja, da kann man nichts ändern. Aber, naja, habt ihr jetzt einen neuen GTA Online-Part mit coolen Rennen. Das ist jetzt nur der, also, wie gesagt, schneidet ihr wahrscheinlich in irgendeinen Ausflut von den anderen Rennen rein. Wie ich. Verbindungsfehler. Oh, das waren noch Zeiten, damals mit Verbindungsfehler. Das waren schöne Zeiten. Mit Verbindungsfehler. Nee, aber muss, wenn ihr euch GTA und, wenn ihr euch für mich und GTA interessiert, schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos an. Weil da sind so coole Videos und so coole Kills dabei. Vor allem Assassinen-Kill von oben in GTA. Bin ich der Einzige, der so bei mir, bei dem ich gesehen habe, dass das, 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 ja, ich das in GTA gemacht habe. Also, ich kann Assassinen-Kills in GTA, die sind natürlich da nicht mit Messer, also tot von oben. Also, springen vom Dach runter und dann mit Waffe eins über eine Stunde Witzel rauen und dann erschreckt sich der andere. Leider nicht in der anderen Sicht, aber trotzdem mit einem anderen YouTuber. Also, ich mach, ich, ich find, ich mach's gerne und das, also, ich, also, ich, wie, wenn ihr YouTuber seid, auch wenn ihr nur ein Abonnent habt. Oder auch, wenn ihr kein YouTuber seid. Ihr könnt mit mir spielen, heißt nicht, ihr sollt mich, jetzt fällt der eine erst los. Der, der hat jetzt auch, okay, okay, gut, kann man machen. Kann man machen. Musst man aber nicht. Parcours-König, er wird auf jeden Fall noch gewinnen. Er, 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 er kriegt das hin, das kriegt er hin, Leute, das kriegt er hin am Unnakel. Definitiv Parcours-König. Nein, also, ich will jetzt keinen natürlich fertig machen, oder so. Das ist alles bei mir Spaß. Super. Oh, Filter wechseln. Zweiter, ich bin Zweiter, yay, cool. Ihr könnt mich auch unten in der Videobeschreibung schreiben, meine Videokanale, meine YouTube-Kanals. Nein. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Ich werde halt. Nein, Spaß. Und in der Videobeschreibung seht ihr auch alle Links. Könnt ihr mich auch anschreiben, wenn ihr Lust habt, mit mir zu spielen. Oder ich schreibe euch gerne auch meine private Nummer. Ja, oh, private Nummer. Den Jumma vom YouTuber. Was ganz Neues. Oh, guck mal, guck mal, der ist doch da, da ist er, da ist er doch. Da ist er doch, da ist er doch. Ja, also, der, wie heißt er? Ich zeige ihn jetzt gleich mal. Nehmen auf jeden Fall an der Rucksitzen ist voll, oh yeah. Nein, äh, hier. Polizei-Outfit. Ich mit meinen Jester, alle haben Jester. Jester, Jester, Jester. Ich hab hier natürlich Heimvorteil. Das ist nämlich meine Map. Erstmal in spielbarer Nutzung. Man muss da ein paar Sprünge machen. Oh, ja. Nein, oh scheiße, okay, das war gerechtfertigt, trotzdem noch Erster, hat mir da, also, keine Ahnung, man kann ja nicht diese coolen Rennen machen, sonst gäbe es natürlich von mir wesentlich coolere Rennen, aber ich dachte mir so, kannst du ja mal sowas bringen. Okay, verfährst du dich erstmal, hier muss man an der Seite, hier so ein kleiner Jog, wenn man da so runterspringt, sind auch ein paar, wie gesagt, Speaks dabei, Grasen, ja, die Straßen, die Straßen, oder die Grasen, wie ich es nenne, kreuzen sich auch, wenn man hier zum Beispiel denkt, denkt, Alter, was ist heute mit meinem Deutsch los, man müsste hier runter und die Speaks einsetzen, aber das ist nicht der Fall, denn dann macht man hier nochmal eine Umdrehung, und dann dreht man hier und dann zum Schluss, fährt man hier lang, kann sein Speed aktivieren, man kann dann hier ganz viel das Speed aktivieren und ist im Ziel drin. Ich habe einfach mal versucht, eine etwas coolere Map zu bauen mit den Möglichkeiten, die wir haben, und ich bin erstaunt, da ist hier mal ein zweiter. Und einen schönen Chester hat er da, also eine schöne, chromische Farbe, also muss man echt sagen. Kann man die Kamera wechseln? Nein, ich habe es verkackt. Ah, erstmal ein paar Haftbomben platzieren, muss sein. Jetzt ist er doch dritter, oh. Er hat sich was selbst so gejagt. Oh, ein knappes Rennen und meine Akku ist alt. Mal gucken, ob ich dran komme ohne euch. Egal, scheiß auf, ist er halt alt. So, also ein schönes, kurzes, knackiges, okay, kurz nicht, aber ein interessantes Rennen, wie ich finde. Und ich habe natürlich gewonnen, ist natürlich klar. Nein, ist auch leicht unfair, dass ich gewonnen habe, kann man verstehen, aber... Ich habe gewonnen, Bitches. Nein, Spaß, Bitches sagen wir nicht. Das ist sehr beleidigend für die Frauen. Ende. Oh, guck mal, drei hat sogar... Oh, vier hat sogar gefallen. Das freut mich. Aber jetzt, jetzt, wie versprochen, die schlechtesten Maps der Web... Ich sage heute gar nichts mehr, doch ich sage noch was, sonst ist es sehr langweilig für euch. Und jetzt, eine, wie ich finde, wundertolle, wahre Map... Wüsste ich jetzt, dass ihr, also irgendwie, ja, ich kenne es immer... Baby, hi, 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 love... So, hier. Ja, du wirst zensiert, weil du den Mittelfinger zeigst. Mensch, was? Scharfschütze, oh. Weil, so steht beim Rennen Scharfschütze. Ich glaube, war es dir so, dass man die spawnen musste? War es dir so, dass man die spawnen musste, oder? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, war es dir so. Hatte ich gerade vor. Ich bin nur noch aus der Übung. Das hatte ich ja schon mal, hier, das Rennen, das ist sehr verglitscht, muss man sagen. Aber das macht es ja unterhaltsam, finde ich. Das ist so verglitscht, dieses Rennen, das ist so krass. So, und wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, ich bin falsch. Oh, scheiße, ich habe Sterne angelassen. Oh, scheiße. Und wie ich finde, es ist ein sehr gelungenes und geiles Rennen, weil es halt totale Klitsch und Abwechslung ist. Und ich mag nicht dieses Standard-Rennen, sondern es ist schon cool, so coole Rennen zu haben, weil das ist auch einer der Gründe, warum, was geht ja online, diese Faszination, dieses, du kannst alles machen. Also, du hast so viel Rennen, immer kommt irgendwas Neues dazu, was dich überrascht. Das muss man hier, glaube ich, wieder neu machen, so dass man drinnen landet, in dem FIE-Gebäude. Also, wir steigern einfach mal ab. Ich hätte Waffen nicht anlassen müssen. Wo geht's lang? Scheiße. Aber ich bin, ich muss wirklich sagen, es ist ein... Oh, da ist eine Haftpumpe. Da ist eine Haftpumpe. Ich glaube, das hast du mir sogar einen Gefallen getan. Hat er. Danke. Aber ich sollte es jetzt nach hinten ziehen müssen. Aber ich habe Kennungsvorteil. Ich muss manchmal so scheiße mitsingen, weil ich glaube, ich kann sagen, dass ich gut singen kann. Nein, äh. Weil das Schema geschützt sein kann und das ist natürlich dann scheiße fürs Video. Hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Ich hätte die Polizei aus... Erinnerung an Julian nächstes Mal. Polizei ausstellen. Waaaaaah. Scheiße. Oh, Polizei, ich bin schon so lange nicht mehr in GTA. Ich hau ab. Ich bin tot. Fernseher wird in Kürze ausgeschalten. Yay. Brutal, oder? Brutal ist er, sonst fragt man die Konterre, wie es euch gefällt. Lärt. Hä, wieso lebt das? Nein. Finde ich Verbindungsfehler nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte einfügen. Verbindungsfehler. Ey, willst du mich verarschen? Haben sie gesperrt, das Rennen? Jetzt ohne Scheiß? Ey, was für ein Scheiß. Ohne Scheiß. Achso, nein. Geht weiter. Absteigen. Yay. Ja. 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 Ich glaube, ich kann wieder raus, oder? Ich hätte die Polizei ausführen sollen. Wo ist denn überhaupt der Erste? Da hat er sich ganz anfangen gemobbt. Hier ist auch so ein Volk. Ich glaube, ich muss respawnen. Respawn. 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 Ja. Ist auch eigentlich richtig geil. Und da vorne ist das Ziel. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Ihr habt selber gesehen im Video, wie ich abgebremst hatte. Amunakolim. Okay. Ich glaube, Scheiße. Aber dafür bin ich bekannt. Amunakolim. Ich bin so wütend, dass ich für Scheiße bin. Aber ich bin bekannt. Amunakolim. Nein. Oh, Scheiße. Schade. Schafft er nicht mehr. Oh, nur Parcourskönig. Das tut mir vorhin leid, dass ich dich da so abgebombt habe. Das war jetzt. Du bist Zweiter. Yay. Ich bin Zweiter. Okay. Gebt mal ein Like, wenn es euch gefällt. Ich brauche das. Umso mehr Likes, umso häufiger kommt man Spaß. Oh, der hat sogar gewonnen. Nice. Ich fand's scheiße. So ein Glitch, wenn ich fand's scheiße. Kann man machen. Muss man aber nicht. Wegen des hast du meins nicht scheiße gefunden. Heck. Ja. Und eher so in der Hate-Gruppe. Nice. Ich hasse Hater. Weil Hate heißt es auf Englisch hassen. Boah, ich liebe diese Musik. Aber geiles Outfit, dass die so ein T-Hit im Spiel haben. Dass es verschwommen ist, ist auch traurig. Ich bin ja immer noch hier so der Undercover-Modder. Nein, Spaß. Gab's mal ein Glitch, hab ich ausgenutzt. Kann man mal machen. Muss man nicht. Du, 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 du. Man guckt, wie gut ich noch in dem Lips bin. Also in so Sachen. Oh, mega gut bin ich. Das war mega gut, oder? Hey Leute, das war, das war, das war, das war gut. Und ich habe nicht bekommen. Ist ja geil. Und der hat ihn bekommen, scheiße, ich bin der einzige, der scheiße ist. Yay! Oh mein Gott, gleich kommt eine schwierige Map, die ich aber schon mal geschafft habe. Oh komm schon, nicht am Ziel, warte, bitte, tu mir den Gefallenfall rein. Okay. Nicht okay, ich will. Oh nein, nicht warten. Oh komm schon, was für ein Scheiß, ich war fast drin und dann, ich habe, ich habe diese, ich habe diese, ich hasse diese Map. Wieso nehme ich die dann rein? Ich weiß es nicht, weil ich besteuert bin. Okay, jetzt. Jetzt schaffe ich es. Nicht. Hör rein, komm schon. Dann reagiert er nicht auf die Nachricht. Yay! Ich kann es ja jetzt wieder so machen, dass ich es euch reinschneide, wie ich es, also wir versuchen jetzt nochmal. Also, ich schneide euch jetzt rein, wie ich es schaffe. Und dann bin ich da übelste Pro, weil ich, weil ich, weil ich es euch reinschneide. Ey, jungen, das war's funktioniert. Okay, nein, Spaß. Ey, ich, wieso, wieso nehme ich diese, die ist eigentlich ja voll leicht, weil das ist ja nicht groß oder so. Ey, komm schon, wollt ihr mich verarschen? Und auf die WhatsApp-Nachricht reagiert er nicht. Yay! Ja, ich hab mal auf WhatsApp. Wenn ihr auch meine WhatsApp-Nummer habt, bleibt das Video. Und... Oh, komm, komm, komm! Oh, das ist ab und zu, ab und zu, ab und zu, ja. Oh, Mann, ey. Was für ein Scheiß. Fahrei. Ist nicht für Chester ausgelegt. Bei Chester lag ich schon. Komm, guck dir das doch mal an, bis ihr will mich doch mobben. Das ist auch, jetzt könnte ich auch reinsteigen. In Style. Oh, Mann. Alter. Nicht wahr, ey. Hier, guck dir das dir mal an, ich schaff das nicht. Das ist, das ist, das ist, das... Ich, hallo, ich fahre da durch und das geht nicht. Das ist scheiße. Wow. Der fällt jetzt seit den Runden. Der andere denkt sich, oh, nee, komm schon. Boah, Scheiß. Wieso nehme ich GTA auf, wenn ich kein GTA spielen kann? Nein, das ist so, dass GTA eins der ersten Let's Plays ist und eins der längsten Let's Plays sind. Das gehört zu meinem Kanal und... Ich bleib nie auf. Auf, jetzt schaffst du's. Oh, ey, ich schaff den. Du wolltest schon. Aber ich... Komm auch da oben hin, aber ich kick den Punkt nicht. Guck dir das nochmal an. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, endlich. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, ich habe es geschafft. Leute, ich kenne die Webtauschen und trotz die Verkackisse, tschüss. Nein, Spaß, ich komme, nein, ich gehe wieder. Okay, ich komme wieder, ich komme wieder, also ich hätte gerne einen, okay, ich gehe wieder. Ja, ich gehe wieder, ich weiß, ich auch. Okay, jetzt kommt glaube ich noch mal eine leichte, oh, vierte heißt, ich habe noch zwei Maps? Doch, genau, jetzt kommt noch mal eine, ich weiß nicht, die habe ich glaube ich noch nicht so häufig gespielt und dann kommt eine schwere. Du hast Einladung, bitte verlasse die Richtung. Ja, West Coast, like I'm a dream, yeah, West Coast, like I'm a dream, yeah, West Coast, like I'm a dream, yeah, uh-huh, West Coast. Jetzt kommt noch mal einen Also mein Ton ist super, gell? Diese Fahrkünste. Und ihr seht schon, das ist so ein stromschnellen Parcours, aber der ist wesentlich leichter, als was jetzt danach kommt. So, okay. Irgendwie in der Klasse, wo ich bin, feiert jetzt auf einmal hier dieses okay, das ist voll so, what the fuck, Alter, das ist so alt, aber trotzdem am Ende gerade feiert es wieder. Das ist voll witzig. Ey, das schneide ich davor, ich habe es trotzdem noch ins Ziel geschafft, geil. Alter, wir sind nicht in Red Dead Redemption. Da ging es nämlich auch so von Pferd zu Pferd. Du steigst aufs Pferd, das Pferd reitet schon los, aber du reitest noch nicht los. Und das war auch wirklich aufwitzig. Habe ich ja auch ein Let's Play dazu gemacht. Weil ganz viele Let's Plays im Moment auf dem Kanal. Und ich weiß nicht, vielleicht sind sie schon beendet, vielleicht sind sie noch nicht beendet. Also ich sage nicht so, ey, das Let's Play ist jetzt beendet, jetzt die Folge oder so. Ich mache einfach ein Video und dann, wenn ich keine Lust mehr habe, vielleicht auch, aber zum Beispiel bei GTA mache ich lange eine Pause oder spiele es nicht, weil es schon gibt Schlechteres, Besseres. Nein, Spaß. Nach einer Zeit wird GTA einfach langweilig. Du kannst nicht dein Leben lang GTA spielen. Und deswegen... Yay! Nein, deswegen... Bei GTA ist es ja auch so. Habe ich eine lange Pause. Als Watch Dogs kam, habe ich so eine lange... Habe ich kein GTA mehr gespielt, bis ich Watch Dogs fasse. Ich will jetzt nicht sagen durch, weil durch hat es nicht. Bis ich keine Lust mehr auf Watch Dogs hatte. Yay! Ich bin so scheiße. Ich habe es geschafft, bin nicht Gangster. Bin nicht Gangster. Ich muss noch mal schauen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie Scheiße. Oh komm schon. Und laufen kann ich glaube ich auch nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Oh komm schon. Ey Digga, ich kann kein Cristiana spielen. Pfff. Boah. Ich fahr gleich außen hin. Jetzt schaff... Oh jetzt sollte ich schon sagen, jetzt schaff es aber ich hab's geschafft. So schafft man die Web weiter. Ich komme Leute, ich komme im Schneckentempo. Ich komme. Ich werde das noch gewinnen. Okay, ich werde es nicht gewinnen schreißen. Ich fahr wirklich. Boah locker sind die 10 km weg von mir. Stift, mich umbringen. Auf Wiedersehen. Nein, okay, darüber macht man keine Witz. Wirklich Leute, die sich wegen irgendeiner Scheiße umbringen. Und Leute, macht das nicht. Weil auch wenn es euch total schlecht geht und ihr total viele schlechte Noten schreibt, ihr schlecht in der Schule seid, gemubbt werdet, irgendwann ist die Schule vorbei. Irgendwann seid ihr nicht mehr schlecht. Es kann sich alles noch ändern. Irgendwann kommt ein neues GTA raus. Das wollt ihr ja noch erleben, oder? Könnt ihr nicht 6 von Krieg gehen und dann kommt, ja, GTA 6 kommt. GTA, wer wollt, ja. Nie beendet. Yay, positiv sehen. Alles positiv sehen. So, und jetzt kommt eine schwierige Map, die ihr wahrscheinlich auch schon bei mir gesehen habt, weil ich, weiß nicht, ich hab keine Besserung. Nightmare. Jaui, 0, 0, 7. Ciao, checki, checki. Auf einmal ist es ein Mädel. Digger. Checki. Alter, das wär geil. Ich sag dir schon, dein Video-Titel. Mit einem Mädchen GTA Online gespielt. Checki. Jöki. Keine Ahnung. Schreib mal in die Kommentare. Woher soll ich's wissen, weißt du? Naja, hoffentlich schießen wir uns in alle ab, weil das ist wirklich schwer. Okay. Okay. Ich hab die Map schon mal geschafft und darauf bin ich, ey, ohne Scheiß, darauf bin ich so stolz, weil die ist schwer. Wenn ihr so Maps spielen könnt, könnt ihr gerne mit, wenn ihr selber Maps habt, ey, das ist perfekt, Alter, wenn ihr selbst eine coole Playlist habt. I love you. No homo. Scheiße. Ich hab' die lustig. Das muss geil ausgesehen haben. Ach du Scheiße, ey. Das, das, das war schon. Okay, nein, das sieht nichts. Aber ich find so Maps eigentlich geil. Aber natürlich macht's noch mehr Spaß, wenn man nur mit Freunden spielt oder mit ganz vielen. Wollt ihr euch ficken? Alter, Alter, komm schon. Das endet im Blutbad, wetten wir. Sorry, sorry, Bob. Alter, wo ist ihr mich spät? Scheiße, wie geil. Wir schmeißen ja vom Bein runter, weil ich sag' kack. Geil, Alter. Okay, das ist FSK 18. Also, wenn du nicht FSK 18 bist, schalte ab. Nein healtheschön.. Nein nein nein... Oh, Mann! Oh Mann, schade, 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 schade... Oh, schade. Oh, ich habe so ein Hals aufbischt. Ich habe so ein Hals aufbischt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Nice! Was? Oh Gott! Oh Mann! Bruder! Oh ich hatte es doch gerade ebenfalls! Nein! Nein! Komm schon! Das ist... Scheiße! ... Yay! Hätte ich es jetzt so geschafft, dann wäre ich so babu! Ist der andere schon am Ziel? Krass! In 4 Minuten habe ich es geschafft, Bruder! Ich spiele nie wieder mit! Nein, Spaß, 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 Spaß! Also... Alter! Ey, ich hab das... Was macht der andere? Hat er es geschafft? Nein! Oh! Oh, Alter! Wie das alles sieht! Richtig jugendfrei! Ne, ernsthaft! Wenn ich keine Angst habe, schallt ihn ab! Komisch hat es doch was! Es ist mies! Okay! Der frickt sich immer wieder um! Läuft bei dem! Nein! Nein! Ist er wieder gestorben? Ja, siehst du ja! Er ist wieder gestorben! Nein! Wie kann man so scheiße sein? Wuii! Und? Oh, ich wollte ja in der Mitte landen! Alter! Das sieht so brutal aus! Alter! Ja! Wie geht immer selbstmörder? Immer diese selbstmörder! Okay, okay! Nein! Nein! Das ist... Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, ich wollte einlaufen! Ohohohoho! Mit dem Kopf! Ist klar! Alter! Fall doch! Oh Mann! Eigentlich... Guck mal! Ich bin ja eigentlich ganz so schlecht! Aber irgendwie komme ich nicht bis ganz ganz oben hin! Schreibt in die Kommentare, dass ich gut bin! Okay! Der war jetzt schlecht! So gar nicht brutal oder so! Gar nicht brutal! Oh Mann! Ich wollte da oben parken! Dann... Das wäre jetzt... Ständig da so... Bisch! Oh Mann! Dann eher ein wenig so hochklettert! Ey, das wäre... Das könntest du eigentlich machen, oder? So hochklettern! Oh, jetzt habe ich zu wenig! Wieso mache ich diesen scheiß Slap rein? Okay, weil... Nach 10 Minuten höre ich auf! Weil ich habe noch was! Badstatt kre linguisch! So hochklettern! So hochklettern! Und so hochklettern! Oh Mann! So hochklettern! 25 Grad! Aber der eine ist schon, also mein Abonnent ist schon gut im Autofahren, muss ich wirklich sagen, mal ernsthaft, also der bestellt einen Führerschein mit einer Eins, wenn man keine Noten auf dem Führerschein bekommt, er bekommt eine Eins. Okay, bei 10 Minuten habe ich auf. Oder der andere hat es geschafft, mal gucken, ob ich es in der Zeit noch schaffe. Hat der andere es echt geschafft? Krass. Egal, dafür schaut, ihr könnt euch ja den Part anschauen, wo ich es schaffe. Ohohoho, scheiße. Wie soll ich das jetzt jetzt? Bist du ein Schlaufer, oder? Okay, cool. Achso, da vorne. Auch noch ein spektakulärer, nein! Oh doch, doch, das ist ein spektakuläres Ende. Das ist ein spektakuläres Ende für einen tollen Part mit meinen Abonnenten, was mich sehr gefreut hat. Ich bin bei der Neun1, habt fun! Jetzt seht ihr noch das Ende von dem Gewinner! Ich bin bei der Neun1, habt fun! Ja. Ja. Okay. Ist mir scheiße egal? Okay, na scheiße. Abonniert, abonniert, Ben! Okay, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ja. Ich bin bei der Neun1, das ist mir schade. Vielen Dank.